Hallo, hier Darksaber mit der dritten Fall von Locked Up. Ich hoffe, diesmal schaffen wir uns auch ein bisschen mehr und ein bisschen schneller und... naja, es geht schon. So, ähm... Ja, beim nächsten Mal haben wir eigentlich nur so mitbekommen, was... dass wir anscheinend ein Polizist oder was auch immer sind. Oder jemand, der irgendwie heimlich recherchiert. I don't know. Ich denke aber schon, dass es etwa ein Detective oder ein Polizist sein wird. Ähm, der seine Arbeit definitiv mit nach Hause nimmt. Weil, meine Güte, warum hat er da so einen ewigen Stapel? Ähm, ja. Ich würde sagen, den wir direkt los. Keine Maus. Licht. Auch. Ja, würde nichts machen, das auch mal. Egal. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, wir kommen jetzt endlich aus... also hier raus und... dieses Flack hört doch auf, hoffentlich. Ah ja, da haben wir ja schon mal wieder das, was in der Demo standardmäßig war. Hunderttausend Tabletten. Äh, pfff... Äh, pfff... Äh, pfff... Äh, pfff... Lass das höhnische Lachen! Du musst hier mit uns bleiben! Immer! Immer! Wieso? muss ich das so bedingt kann ich das einfach wieder ausschalten okay dann halt nicht eine taschen aber nein immer noch nicht dass er erst hin okay wir haben eine minikass ich will hier raus okay okay es geht dann mal weiter wieder an muss ich eine gewisse reinfolge anhalten oder ist das hier einfach random so da kann ich gar nichts machen das war der hinweis wow das ist ja von der regen in die traur fahrer wow ja toll danke danke spiel für nichts aber jetzt kann ich noch mal gucken ob das mit dem er doch das ist doch ganz angenehm ich weiß nicht ob ich das will ich kann doch mal wieder hier so lange okay Ok 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 Kann ich das wieder zuhaken? Ok Wahrscheinlich noch die Summe von der Lampe Weil ich gerade sagen wollte Strange ist Ok, bei der Streamerin, wo ich das zugeschaut hatte War die Ewigkeiten da drin gewesen Weil Ja, wahrscheinlich irgendein Bug war Sie hatte sich festgebracht gehabt Und konnte sich nicht bewegen Ungünstig Das hier auch Wie soll man sich da an irgendetwas erinnern? Wenn alles weg ist So Unbezahlte Rechnung würde ich meinen Ähm So viele verschiedene Tabletten Durcheinander würden Also sind bestimmt auch nicht gut würde ich meinen So, wir haben hier Schubladen, die wir nicht aufgekommen Cool Ähm Eine Tür, die Bestimmt nicht aufgeht Ja Willkommen Willkommen Ok Gut Ist aber nicht die Eingangstür Warum ist das hier und nicht dort? Also ich gehe davon aus, dass das normalerweise die Eingangstür wäre Momentan gehe ich auch davon aus, dass es einfach nur unser Hirn ist Ah cool Ähm Ich weiß gar nicht, worauf ich gerade reagieren soll Ah Schön, das wird irgendwann mal Ich, genau hier gehe ich hin Das ist schön Hier bleibe ich Für fünf Sekunden Ähm, ok Ähm Kommen wir auch weiter Ich bin da geblieben, da werde ich wenigstens weiter herkommen Ok Hier haben wir immer noch nur dieses eine wunderschöne Bild Warte mal, ist das ein Flachmann? Ach ne, das Das sah nur gerade so aus Das hier ist Geld Ok Ähm Und das ist was? Ist das ein Lightroom? Wahrscheinlich nicht Das will Das will Ja Ja Ok Dann schauen wir mal, ob wir hier und hier hinkommen Geht das? Aber besser eine Tasche rein, bevor ich gehe Ok, dazu bräuchte ich das mal eine Ähm Ja 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 Können wir mal mal schauen auf Äh Ich versuche mal alles so einzufangen Hallo, Licht Ok Ähm Jetzt habe ich Bock auf den Keks Jetzt habe ich Bock auf den Keks Nein Ich habe eher sehr viel durch Duscht Warte mal Da war doch was Yes, hat sich was verändert Ähm Hallo Kann ich, kann ich hier bitte Okay, warte mal So nah wie möglich ran Und dann zu Und so weit wie möglich Ich Ok, die Fotos sind Immer sehr hilfreich bisher Toll, danke Ich wollte ja nicht das zumachen Ich wollte ja die Taschen ab Danke sehr Nehmen, heraussuchen Ja, komm Nehmen Warum sollte ich schon was anderes machen? Ok, warte mal, kann ich hier noch unter das? Ok Geht's auch noch nicht lang Oh, super Wetter So wie in Berlin Immer Haha Nein Quatsch So Ahja, wir können ja nicht sehen Warte mal, dann muss ich mal so machen Wow, schönes Bild eigentlich Puh Krich Schick 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 Das kann man wenigstens sagen Ist ja auch mal angemessen Ok Ähm Gut Wir kommen Nugenswo weiter Schick 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 Das schöne Bild Jetzt ist es weg Und dafür haben wir jetzt Pfff Ausgedruckene Flaschen Wahrscheinlich Bier Teuer Ich will das Bier trinken Und nicht irgendwo zu liegen haben Ok Oh Die ist nicht so gut Ja Wie schnell sich hier alles ändert Und wir können uns selbst nicht sehen Darf haben wir jetzt hier ein paar Bilder Mhm 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 Ja, sehr schön Mhm, schön Ähm Mhm Gut Ich will raus Bitte, danke Äh Da ist nichts weiter Hier haben wir nur wieder 100.000 Pillen Dieses übliche Foto mit dieser Gruseligen alten Oma im Vordergrund Also, ganz ehrlich, dieses Bild wird zu oft in anderen Spielen auch verwendet Inzwischen Ja Hängt es einem eigentlich zum Halter heraus Mhm Gut Äh Hier haben wir jetzt eigentlich nichts weiter mehr Was Ja, eigentlich sind hier keine wirklichen Hinweise mehr Oh, noch mehr Bierflaschen Super Oh, da kommen wir mal nicht rein Ja Oh Sonst so Wir sind jetzt immer noch Wundervoll Ah Dafür haben wir jetzt ein paar weitere Kisten Und Ein paar Bilder, die nicht mehr so schön aussehen Ist die Zeit? Oh Mann, ich sollte jetzt das schlecht anlassen Okay, ich kann da nichts machen Ich dachte, da würde jetzt jemand sein, aber ja, haben sie das jetzt uns dahingestellt Das, was in jeden In jedes Haushalt gehört Also, dieser Umriss sieht eigentlich aus wie die Seite einer Wow Alter, was ist hier los? Ja Ja, das gehört eigentlich in jeden Haushalt rein Okay, das ist weg Ich kann jetzt nicht mehr sagen Okay, was das für Geräusche waren Also, das ist ja wieder fast in alter Manier Haben wir jetzt was Neues? Warum auch? Oh, das muss auf jeden Fall ja sein Das sehen wir ja Ähm Gehen wir wieder zurück Oh, was hast du denn? Wieder sie Das war sie noch in Sicherheit Trans-Assister Januar Also, zwei Jahre später ist dann quasi alles ein Bachuntergang Aus welchen Gründen auch immer Die Kisten sind weg Da sind wirklich die alten Bilder da Oh, es geht nicht weiter S-R-B trainings Ragnatik vraum cris T-Se hoch Tess Fäh-Im SP? Okay. Immer mit der Ruhe. Alles wird gut. Licht. Oh, die Folge ist gleich vorbei. Schauen wir noch mal, was hier so ist. Ah, wie ist es? Das schöne Bild hier da? Oh Gott, weiter. Oh, das sieht jetzt nicht mehr so einladend aus. Yeah, Gefängnis ist... Okay, der Thema geht jetzt aus. Hm. Aber wie es jetzt hier weitergeht, das hier mal in der nächsten Folge. Dies war es von der dritte... Ich sollte mir auch mal jetzt mal einen Zettel machen. Mach ich gleich. Ich... Ich nehm schon mal einen H4. Ich hoffe, ich hab... Ach, komm mal. Ich nehm einfach irgendwas. Genau, ich nehm mal das. So. Ähm... Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Daxjäger. Bis dann. Ich nehm... Ich nehm... Ich nehm...